Das ist Ayrton. Ja, 1-1. Ich spiele zu Hause im Weserstadion. Das Publikum muss ein bisschen helfen. Ich habe gegen Schalke nicht so schlecht gespielt. Ich denke, gegen Hoffenheim muss 2-1 gewinnen. Ja, das ist schwer für Bremen. Natürlich für den Bayern. Ich habe schon als Deutscher Meister nicht so viel motiviert. Aber für Werder ist es schwer. Ich denke, Bayern müssen gewinnen. Wie viel? Was glaubst du? Ja, das ist ein bisschen schwer, aber es muss 3-1. Das ist zu Hause, in Bremen. Das ist auch ein bisschen stark. Für das letzte Spiel für das Publikum ein bisschen Motivation, ein bisschen Emotion. Und ich denke, Werder muss 2-0 gewinnen. Ja, der Kurs jetzt ohne Trainer. Und ich weiß noch nie, aber es wird auch schwer für Werder. Und mein Tipp ist 2-2. Die Bundesliga ohne Bremen ist ein bisschen langweilig. Ja, Bremen hat eine große Historie in der Bundesliga. Ich bin Deutscher Meister. Und für mich persönlich darf es nicht so viel in der zweiten Liga spielen. Für mich ist das eine total Katastrophe. Aber ich denke nichts. Ich denke, Werder hat auch die letzten vier oder fünf Spiele vollgas. Und muss in der ersten Bundesliga bleiben. Dass den nächsten Mal Famig. Bis zum nächsten Mal.